Hallo Chef, ich sehe häufiger in deinen Kommentaren, dass die Leute nach einer 0% Finanzierung fragen. Ist da nicht eigentlich mal was möglich? Tatsächlich, also ich lese das ja auch, habe jetzt nachgefragt. Wir können über die Santander eine 0% Finanzierung definitiv anbieten. Das bis zum 1. April 2024. Und zwar für jedes Fahrzeug, was ihr hier im Bestand seht, können wir 0% Finanzierung anbieten. Was braucht man dafür? Du brauchst feste Arbeitsverhältnisse, du brauchst ein geregelter Einkommen, keinen negativen Schuhvereintrag. Und dann können wir dein Wunschfahrzeug hier nur bei uns bis zum 1. April 0% Finanzierung über die Santander durchführen. Es ist ein X-Code da vorhanden und der Kunde muss sich definitiv bei der X-Code dann beteiligen. Und wenn er damit dann einverstanden ist, ist es bei uns dann immer sehr, sehr transparent. Wir zeigen diese Unterschiede, was passiert, wenn wir was machen. Und wenn der Kunde sagt, okay, das möchte ich gerne machen, dann kannst du auch dein Wunschfahrzeug, den du nur hier kaufst, bei 0% gerne anbieten. Was sagst du? Das ist auf jeden Fall sehr gut.